Musik Das Stück erzählt die Geschichte der Geschwister Paul und Elisabeth. Was nicht so üblich ist, dass die vier Protagonisten mit Tänzern zusammen ein Stück baut, trotzdem die vier Protagonisten dann Geschichte immer erzählt und Geschichte trägt und den Tänzern eine komplett andere Funktion hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020